Ja, hallo Nils Lange. In diesem Video siehst du, wie sich durch Hypnose die Wahrnehmung völlig verändern kann. Der Fachbegriff dafür lautet Halluzination. Aber schau es dir erst mal selbst an. Okay, ich habe jetzt etwas ganz Besonderes, Leckeres für dich. Etwas, was dir sicherlich gut schmecken wird. Ich weiß, du magst gerne süßes Obst und du hast mir auch vorhin erzählt, dass du gerne Afrikosen magst. Ich habe eine Afrikose für dich und die möchte ich dir gleich gerne mal in die rechte Hand geben, dass du mal hineinbeißen kannst. Und jedes Mal, wenn du hineinbeißt, wird es ja richtig, richtig lecker für dich schmecken. Die wird sich so lecker anfühlen und du wirst diesen süßen Saft genießen können. Und es wird wunderbar für dich sein. Magst du gerne Afrikosen? Ja, super. Okay, dann werde ich sie gleich mal geben und du darfst sie gleich mal probieren. Magst du sie mal probieren, wenn ich sie dir gebe? Ja, super. Okay, dann gebe ich sie dir gleich und du wirst sie unternehmen. Ich nehme mal deine rechte Hand jetzt. Ich tue sie dir mal rein, da. Genau. Und jetzt geben sie mal und beiß mal rein. Genau. Und drehe sie. Mecken. Okay. Und wie schmeckt sie dir? Ist gut, ja? Schmeckt sie lecker? Ah, das ist fein. Wunderbar. Okay. Ich werde gleich nochmal mit dem Finger schnipsen und dann in dem Moment kannst du deine Augen aufmachen. Und wenn ich dann auch dann wieder schnipse, dann kannst du wieder dich ganz entspannen und in Ruhe gehen. Okay, dann mach die Augen mal auf. Okay. Okay. Und jetzt schau mal hier, was ich dir da mitgebracht habe. Wie gefällt dir das? Ist das was? Alles gut? Was ist das für deine Afrikose? Okay. Gut, fein. Okay, dann entspann dich wieder. Okay, sehr gut. Wie du gesehen hast, glaubt unser Unterbewusstsein gerne, was ihm unter Hypnose suggeriert wird. Es ist da ziemlich unkritisch. Allerdings nicht ganz so unkritisch. Denn was ihm besonders wichtig ist, wird es auch Unterhypnose nicht aufgeben. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die unter Hypnose Dinge wahrgenommen hat, die es nicht gab, weil ich es ihr suggeriert hatte. Als ich ihr dann aber suggeriert habe, dass sie ihren Namen nicht mehr erinnern kann, hat ihr Unterbewusstsein es abgelehnt, weil ihr Name war ihr einfach zu wichtig. Also auch das Unterbewusstsein hat so seine Grenzen. Und das ist gut so, denn so fällt es jemandem, der in Hypnose gehen will, viel leichter loszulassen, weil er weiß, dass das sein Unterbewusstsein auch in der Hypnose für ihn tun wird, dass es gut auf ihn aufpasst. Und als kleines Dankeschön für dich, für dein Interesse und dein Vertrauen habe ich noch ein kleines Geschenk für dich, eine kostenlose Anleitung zur Selbsthypnose, die Multi-Selbsthypnose, die dir bei vielen mentalen Problemen helfen kann. Du lädst sie einfach hier herunter oder du findest sie auch unten in der Beschreibung zu diesem Video als Link. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du das Vertrauen in dein Unterbewusstsein und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und wie immer kannst du es natürlich dann auch gleich ausprobieren, um die Wirkung davon zu bemerken. Also wenn du willst, geh dann gleich mit mir zum nächsten Video Hypnose selbstsicher werden. Wenn du alle weiteren neuen Videos von mir mitbekommen möchtest, kannst du das tun, indem du hier oben klickst und dadurch meinen Kanal abonnierst.